Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Josco Fitness Podcast Folge in der Rubrik Experten Podcast. Heute mit dem spannenden Thema Active Aging und Georg. Nach dieser Folge wirst du definitiv wissen, wie du deine biologische Uhr zurückdrehen kannst, wenn du ins Handeln kommst. Du wirst eine richtige Portion Motivation mitnehmen und das Älterwerden als Gewinn ansehen und Denkmuster hinterfragen. Das ist der Josco Fitness Podcast. Hier erfährst du, wie du mit Leichtigkeit und Freude gesund und fit bleibst. Und das auf eine ganz neue Art und Weise. Mein Name ist Tim Josco und seit über 43 Jahren betreiben wir im Familienbetrieb einen der renommiertesten Fitnessclubs in Deutschland. Diese jahrelange Erfahrung aus der Praxis fließt hier in den Podcast für dich. Freu dich also auf informative Experteninterviews zu den Themen Gesundheit und Fitness mit den besten Tipps und den größten Mythen. Und auf motivierende Gespräche mit ganz normalen Menschen, die ihre Trainingsziele erreicht haben und finden heraus, wie sie es geschafft haben. Das alles kombiniert mit viel Hintergrundwissen zu Training und Ernährung und lustigen Storys aus dem Fitnessalltag. Ja, hallo Georg oder Papa. Schön, dass ich mit dir diese Podcast-Folge machen darf zu dem doch wirklich unglaublich spannenden Thema Active Aging. Danke, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Und ich bin natürlich begeistert von meinem Sohn, interviewt zu werden in einem Podcast. Also das ist eine ganz neue Welt, die sich mir hier eröffnet. Und ich freue mich, bin stolz darauf, dass wir beide das gemeinsam machen dürfen. Ich freue mich auch, weil ich die tiefe Überzeugung habe, dass das eine Möglichkeit ist, das Know-how, von dem ich bei dir sehr überzeugt bin, eben auch anderen zugänglich zu machen. Denn ich erlebe dich seit 35 Jahren und weiß, dass sich da in dieser Zeit ein unglaubliches Wissen und vor allen Dingen auch eine Erfahrung angesammelt habe, die ich eben anderen zugänglich machen möchte. Jeder, der dich kennt, wird das bestätigen. Und für die, die dich noch nicht kennen, kannst du in ein paar Worten, in ein paar Sätzen mal zusammenfassen, wie du zu dem Thema Gesundheit und Fitness stehst und wie du dein Leben darauf ausgerichtet hast oder wie du lebst in der letzten Zeit. Dass man sich so ein bisschen ein Bild machen kann, wer du denn eigentlich bist. Jetzt stellst du mir aber gleich eine komplizierte Frage am Anfang. Also zunächst mal ist es natürlich so, dass ich mich mit dem Thema Gesundheit, Fitness, Lebensqualität seit über 40 Jahren beschäftige. Ich habe mit unendlich vielen Leuten zusammengearbeitet, habe viele Mitglieder coachen dürfen, habe gesehen, wie regelmäßiges Training und die richtige Einstellung natürlich zum Leben positiv Einfluss nehmen kann. Und ich habe es natürlich auch selber erlebt und das ist das, was mich natürlich in besonderer Weise jetzt auch bewegt. Und mit fast 66 fühle ich mich in einer sehr, sehr guten Verfassung und bringe das auch in Verbindung mit verschiedenen Aspekten. Und habe dieses Thema Active Aging auf fünf Säulen zusammengefasst und ich freue mich, dass ich darüber sprechen kann, weil es ist ein innerer Antrieb von mir. Auch für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, weil sie Siosco nicht so gut kennen, für die, die zuhören und das Siosco gut kennen oder Mitglied sind, die wissen, dass du für das Thema Active Aging im Club stehst, dass du auch Intensiv-Coaching-Konzepte machst, Intensiv-Coachings zu dem Thema Active Aging. Fünf Säulen. Willst du uns einen kurzen Überblick geben, um was es geht, damit wir dann tiefer einsteigen können in diese Säulen? Also den Einstieg würde ich eigentlich mit einem Satz mal starten wollen. Der heißt, wie hat die Natur sich das gedacht? Alle Säulen haben in irgendeiner Form einen natürlichen Bezug. Und lass mich da ganz klein wenig ausholen. Es ist im Prinzip ja so, dass wir in den letzten 10, 20, 30 Jahren gewohnt sind, uns ausschließlich auf ein Expertenwissen zu verlassen und eigentlich Intuition und Erfahrung weit hinten angestellt haben. Wir haben Wissen gewonnen und Weisheit verloren. Und ich versuche eigentlich so die natürlichen Weisheitsaspekte da ein bisschen in den Vordergrund zu schieben. Spielt es jetzt nur für ältere Personen eine Rolle? Also wenn wir sagen von Active Aging, dann neigt man natürlich zu glauben, okay, Aging, das ist jetzt, wenn ich aus meiner Situation raus spreche, 35. Da macht man sich jetzt über das Altern noch nicht so viele Gedanken. Würdest du empfehlen, auch sich schon in dem Alter über das Altern Gedanken zu machen? Ändert das irgendwas? Spielt das nur für Ältere eine Rolle, über was wir jetzt gerade sprechen? Oder ist das eigentlich altersunabhängig? Älter werden wir alle, aber nur einmal. Das ist ja so schön. Nein, natürlich, man muss sich in jedem, oder im Idealfall würde man sich in jedem Alter darüber Gedanken machen, wie die Zukunft aussehen soll. Denn letztlich geht es ja darum, es geht ja darum, Zukunft zu gestalten. Und eine Zukunft mit gesundheitlichen Einschränkungen ist schwieriger natürlich, wie eine, wo ich topfit und gesund bin. Ich glaube, Sokrates hat es gesagt, ein Mensch, der krank ist, ist ständig Sklave seines Körpers. Und letztlich geht es darum, diese Verantwortung anzunehmen, die Voraussetzung zu schaffen, dass wir ein zufriedenes, gesundes Leben führen. Und das ist definitiv altersunabhängig. Und Geschenke gibt es nicht. Und das ist altersunabhängig, ganz genau. Je früher wir natürlich zu der Erkenntnis kommen und entsprechend handeln, umso idealer ist es. Aber es gibt kein Alter, wo es zu spät ist. Eben, man hört ja häufig so diese Aussage, wir merken es im Club weniger häufig, weil die, die dort sind, ja schon ein gewisses Mindset haben und schon aktiv sind und anders ticken. Aber was man so auch doch im weiteren Umfeld immer mal wieder hört, so dieses Gefühl, naja, ich bin jetzt halt in dem Alter, jetzt ist es halt so, wie es ist. Entweder jetzt sind halt meine Gelenke verschleißt oder jetzt bin ich halt nicht mehr so fit oder jetzt genieße ich halt das Leben und esse, was ich will. Du würdest aber ganz klar sagen, es ist nie zu spät, Gewohnheiten zu verändern und Einfluss zu nehmen. Das entnehme ich jetzt schon mal so ein bisschen deinem Einstieg. Kann ich jetzt mit Ja beantworten, ganz einfach. Vielleicht gehört jetzt hier wirklich mal die grundsätzliche Erkenntnis dazu, dass unser Leben natürlich die Folge von Entscheidungen ist. Und wenn meine Entscheidungen natürlich über einen längeren Zeitraum sind, meinem Körper keine Beachtung zu schenken, dann werde ich die Konsequenzen irgendwann tragen müssen. Und da wird mich auch ein Gesundheitssystem nur begrenzt retten können. Insofern, wir müssen etwas machen. Es gibt Möglichkeiten und die sind viel, viel einfacher, als wir uns vorstellen. Und genau da bin ich jetzt sehr gespannt, wie du dieses doch auch so, ja zum Teil schwierige Thema, jetzt eben auf das Einfache reduzierst. Und du hast vorher gesagt, fünf Säulen. Sind diese fünf Säulen etwas, was uns hilft, das ein bisschen zu vereinfachen und ein bisschen zu überblicken? Ja, wir schaffen damit jetzt einfach mal eine Struktur. Und ich würde jetzt vielleicht mal die erste Säule erklären wollen. Und das ist ja vielleicht der Zusammenhang zwischen uns überhaupt mit Training, Bewegung, Belastung und Beweglichkeit. Das sind die drei Bs. So formuliere ich das immer. Und das ist sicher eine ganz zentrale Aufgabe, uns da mehr damit zu beschäftigen. Also wir brauchen Bewegung, aber wir brauchen auch Belastung. Also die Bewegung im Sinne von Spazierengehen ist etwas Wunderbares, aber ohne eine Form von Belastung findet keine ausreichende körperliche Reaktion statt. und Muskeln werden dann in der Tendenz abbauen. Muskeln sind aber das größte Stoffwechselorgan und von daher ist es essentiell, sie zu erhalten. In den Muskeln tickt die Lebensuhr. Was ist Belastung? Wie muss ich mir jetzt Belastung vorstellen? Ich glaube, das Belastungsempfinden ist wahrscheinlich auch bei jedem ein bisschen anders. Kann man es auf einen konkreten Tipp reduzieren? Wie kann ich für mich die optimale Belastung definieren? Wenn ich jetzt zum Beispiel schon an Geräten trainiere, Muskeltraining mache, wo habe ich da die optimale Belastung? Und wenn ich bis jetzt noch nichts mache an Geräten, was muskelorientiertes Training bedeutet, sollte ich dann dafür anfangen oder kann ich auch die Belastung irgendwo anders erzeugen? Zwei Personengruppen. Ja, also generell, ich würde es mal so beantworten, generell muss eine muskuläre Anpassung stattfinden und die findet nur dann statt, wenn eine bestimmte Reizhöhe erreicht ist. Und ich bemesse es gern an einem sogenannten subjektiven Belastungsempfinden. Und das ist eine Skala von 1 bis 10. 1 wäre ich sitze am Sofa und tue überhaupt nichts. 10 wäre ein ultra anstrengendes Training. Und um eine Anpassung zu erreichen, sollte ich subjektiv mich bei der Stufe 7 bis 8 einordnen. Das heißt, ich trainiere oder ich jogge Treppen hoch oder ich mache irgendetwas und ich muss mich dann einfach fragen oder ich befrage mich idealerweise, wo bin ich denn im Moment gerade? Und interessanterweise kriegen wir eigentlich vom Körper die richtige Rückmeldung. Nur das sind wir nicht mehr gewohnt. Wir haben lieber Tracker oder sonst irgendwas. Er weiß es aber nicht besser wie unser Körper. Also Belastung, Belastungsreize setzen. Das ist natürlich einfacher in einem Fitnessumfeld. Da habe ich einfachere Möglichkeiten. Da habe ich Geräte, die mich unterstützen. Ich gehe immer davon aus, dass viele auch den Podcast hören, die nicht bei uns trainieren, sondern in anderen Fitnessclubs. Also auch hier ganz klar von dir den Hinweis und die Bestärkung, einen Reiz zu setzen und nicht dann aufzuhören, wenn man den Körper spürt, sondern gegebenenfalls das Muskelempfinden eben auch zu genießen und ganz bewusst zu provozieren. Das schließe ich jetzt mal so daraus. Genau eigentlich das, was wir auch immer Frauen empfehlen müssen in Bezug auf körperliche Veränderungen, die das Ziel haben, vielleicht die Figur zu verändern, die oft auch nicht an diesen muskulären Belastungsreiz gehen. Das empfiehlt es auch ganz klar, wenn es um das Thema Active Aging geht. Ja, okay. Es geht letztlich bei diesen ganzen Aspekten immer um Reizreaktionen. Ein Reiz und eine Reaktion. Das heißt also, ich werde nur eine Reaktion bekommen, wenn ein Reiz ausgeübt wird. Und wenn der Reiz zu unterschwellig ist, gibt es keine entsprechende Reaktion. Ein schöner Vergleich ist ja die Hornhaut. Das heißt also, ich arbeite körperlich und der Körper reagiert mit der Bildung einer Hornhaut. Würde ich jetzt übertreiben, könnte ich mich ja auch verletzen. Dann findet die Anpassung eben nicht ausreichend statt. Und wenn ich biologisch das Älterwerden verlangsamen will, brauche ich die entsprechenden Reaktionen. Mal banal gesagt, meinem Körper muss suggeriert werden, hey, Moment mal, du musst noch da bleiben, du darfst noch nicht abbauen, weil du wirst noch gebraucht. Und darum geht es. Es geht um diesen Aspekt, du wirst noch gebraucht. Also schafft die Voraussetzung, dass der Körper so denkt. Jetzt sind wir eben bei diesen zwei Personengruppen. Bei der einen Personengruppe, die schon im Fitness ist, trainiert und sich dadurch bestätigt fühlt, vielleicht eben auch und hoffentlich das ein oder andere mitnimmt und gerade was jetzt das Thema Training angeht. Und es gibt vielleicht auch die Personengruppe, die jetzt im Moment noch nicht im Fitness ist, die vielleicht den Podcast von den Kindern oder von den Enkeln weitergeleitet bekommen hat und sich jetzt mal das erste Mal so wirklich mit diesem Thema wirklich beschäftigt. Bezug auf Training, Bewegung. Gibt es da einen Tipp, wie du jetzt sagen könntest, okay gut, also wenn dich das Thema Belastung bis jetzt noch nicht interessiert hat oder du Belastung aus dem Weg gegangen bist, wie kann ich jetzt damit einsteigen, wenn ich für mich das Gefühl habe, mein Körper ist eigentlich im Moment nicht belastbar? Ja, dann würde ich diesen auch schon mal banalen Tipp geben, keine Rolltreppe mehr zu benutzen, keinen Lift mehr zu benutzen. Ich amüsiere mich eigentlich drüber, wie ich meistens der Einzige bin, der irgendwo Treppen benutzt. Also da geht es doch schon los. Nebenbei bemerkt, finde ich es auch wichtig für Eltern, eine Vorbildfunktion zu haben. Wir können doch nicht ständig uns beklagen, dass unsere Kinder sich zu wenig bewegen und jedes Mal, wenn ich die Chance habe, fahre ich mit den Kindern Lift oder Rolltreppe. Also die ganz einfachen, banalen Dinge, mal wieder back to the roots, jetzt mal wieder das machen, was natürlich ist, Treppen benutzen. Das wäre mal der einfachste Deal. Professor Hollmann, einer der bekanntesten Sportwissenschaftler, den Deutschland hat, der hat, wo er 80 wurde, hat sich extra eine Wohnung im dritten Stock genommen, um die Treppen jeden Tag mehrfach zu überwinden. Bewegung ist einfach die Wunderpille schlechthin, hat er immer gesagt und er sagte dann auch so immer im Spaß. Und was würden sie bereit sein, in der Apotheke zu bezahlen, wenn es diese Wunderpille dort zu kaufen gäbe? Ja, aber zu kaufen gibt es nicht, wir müssen schon selber was tun. Für die Gesundheit müssen wir definitiv was tun und auch für die Art und Weise des Älterwerdens. Jetzt haben wir drei, oder du hast drei Bs gesagt, wir sind aber erst bei zwei. Wir haben Bewegung, wir haben Belastung. Und jetzt kommt mein besonderes Steckenpferd, das ist die Beweglichkeit. Die Beweglichkeit heißt, wie beweglich ist mein Körper, wie beweglich sind meine Gelenke, meine Muskeln, Bänder, Sehnen, Faszien. Und das Prinzip des Körpers funktioniert nach dem Motto, use it or lose it. Das heißt, alles, was wir nicht mehr brauchen, wird halt abgebaut. Braucht der Körper oder wird die Beweglichkeit des Körpers nicht mehr abgerufen, dann verkürzen sich die Muskeln. Verkürzen sich die Muskeln, gibt es Spannung auf die Gelenke, gibt es Spannung auf die Gelenke, führt das zu Verschleiß und Problemen. Also mal ganz, ganz einfach dargestellt, die Beweglichkeit des Körpers ist etwas Essentielles, wenn wir älter werden, auch wenn wir Jungs sind, nebenbei bemerken. Ich sage immer wieder, man erkennt auf einer Entfernung von 100 Meter einen Menschen und kann ihn einordnen, wie alt er ist und zwar am Gangbild. Ein älterer Mensch bewegt sich anders wie ein Junger. Das muss aber nicht sein. Ist er beweglicher, dann wird sein ganzes Gangbild, seine Haltung, sein Erscheinungsbild sich deutlich verändern. Für die, die auch hier, ich versuche immer so ein bisschen den Zusammenhang herzustellen, denn wenn man jetzt natürlich eine Stimme hört und jetzt auch merkt, okay, da ist eine gewisse Kompetenz dahinter, es ist nicht nur das, sondern es ist auch ein eigener Lebensstil dahinter und das kann man sehr schön sehen, wenn man mit dir vielleicht auch mal die Stretching-Videos macht. Also auch hier wieder die Personengruppe, die dich im Club jetzt nicht kennt und trotzdem das Gefühl hat, Mensch, das Thema Beweglichkeit interessiert mich, Belastung, nämlich die Treppe, Beweglichkeit klingt für mich auch logisch. Auf unserem YouTube-Kanal haben wir Stretching-Videos und Home-Training-Videos mit dir. So kann man sich diesem Thema auch schon von zu Hause schon mal ein bisschen annähern, die, die bei uns im Club sind, die kennen ja ihre Möglichkeiten. Beweglichkeit, Belastung, Bewegung. Ja. Alles gleich wichtig oder kann man das so in Prozent sagen, würdest du dein Ranking machen oder sagst du, nein, mach es ausgeglichen. Alles ist wichtig. Alles ist wichtig. Alles ist absolut wichtig. Ich sage, die Bewegung sehe ich jetzt sehr stark unter dem regenerativen, entspannten Aspekt. Ja. Ich nehme immer den Beispiel für Bewegung, ist für mich der schöne Waldspaziergang. Die Belastung ist wichtig als Reiz, um zwingend die Muskeln zu erhalten, die Muskeln, in denen tickt die Lebensuhr und die Beweglichkeit ist ja aus den genannten Gründen natürlich entscheidend. Ja. Und das Schöne eigentlich ist an jetzt mal diesem Punkt, ich kann sofort ins Handeln übergehen. Das ist eben auch wieder der Übergang zum Anfang. Wenn ich ins Handeln komme, hier kann ich ins Handeln gehen, ich kann die Treppe nehmen, schon mal als Step one, ich kann im Wald spazieren gehen und ich kann eben auch meine Beweglichkeit zu Hause trainieren, zumindest mal als einfachen Einstieg. Später ist dann, wie bei allem, eine langfristige Motivation wichtig. Da macht ein Umfeld Sinn, das passende Umfeld. Und da ist irgendwie ein positives Umfeld mit Energie wichtig. Das ist meistens in einem Fitnessclub. Auch die Unterstützung ist da, wie auch bei uns. Da können wir jetzt nur von unseren Erfahrungen sprechen. Wenn wir jetzt mal aber von dem Trainingsthema weggehen, das ist Säule eins. Wir haben fünf Säulen. Lass uns doch noch die anderen Säulen beleuchten. Was ist eine zweite wichtige Säule für deine Erkenntnis des Älterwerdens? Ja, die zweite wichtige Säule, jeder wird sich das vorstellen können, ist natürlich die Ernährung. Auch hier. Ja, logisch. Es ist völlig klar. Es geht also nicht nur um Abnehmen, sondern es geht darum, Zellgesundheit zu erhalten. Das heißt, ich muss wieder sagen, wie hat die Natur sich das gedacht? Wir sind über Jahrmillionen gewohnt mit bestimmten Nahrungsmitteln umzugehen, die unseren Körper mit dem versorgen, was er braucht. Und da haben wir uns durch die industrielle Herstellung der Lebensmittel ganz deutlich von dem Programm entfernt. Also mal ganz banal gesagt, wenn ich ein verpacktes Lebensmittel esse, muss ich davon ausgehen, dass es stark verändert worden ist. Das wiederum stresst meinen Körper. Er muss mögliche, ich sage jetzt mal auch Giftstoffe, muss er abtransportieren. Er wird dadurch blockiert. Also das Ziel muss es in jedem Fall sein, sich so zu ernähren, dass wir wirklich primär Lebensmittel zu uns nehmen. Und das ist schon im Wortkern beinhaltet, nämlich Leben. Leben, also Lebensmittel im Sinne von Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, das ist mit Sicherheit. Und um das noch ganz kurz zu sagen, ich bin halt immer wieder der Meinung, dafür brauchen wir nicht zwingend Wissenschaft, sondern wir brauchen einfach nur gesunden Menschenverstand. Ja. Und die Kraft, Entscheidungen zu treffen. Ja. Ich glaube, sehr viele, gerade beim Thema, ob es jetzt um Muskelaufbau geht, Figur oder das Abnehmen, es ist oft eben nicht der Mangel am Wissen, sondern wirklich der Mangel an der Kraft des Umsetzens. Wenn ich jetzt bei dem Thema Muskelaufbau und Ernährung, über das es nebenbei auch noch interessante Podcast-Folgen gibt hier auf unserem Kanal, man sagt auch oft, bei der Ernährung gibt es so diese einfache Faustregel, abends weniger Kohlenhydrate essen. Das hat schon einen guten Effekt, wenn ich mein Gewicht reduzieren möchte. Wenn ich im Umkehrschluss die Spaghetti und den Alkohol abends zu mir nehme, dann wird das schwierig. Jetzt konkret in Bezug auf Active Aging, kannst du da eine Empfehlung, Tipps geben, die direkt eben auch mit dieser Thematik zu tun haben? Ja, aber da machst du jetzt eine relativ große Baustelle auf. Ich bin ein großer Fan von Intervallfasten. Ja. Also temporär dem Körper keine Nahrung zuzuführen. Ein spannendes Thema, hochinteressant, hat direkten Einfluss auf die Zellgesundheit, ist aber ein relativ großes Thema. Das jetzt im weitesten Sinn zu erklären, finde ich schwierig. Lass mich aber noch, lass mich einen ganz anderen Aspekt, ich möchte jetzt einfach nochmal auch den Leuten Mut machen. Das heißt, wenn wir uns schlecht ernähren, temporär zumindest, wenn wir uns zu wenig bewegen, dann ist das völlig normal. Weil der Mensch ist, nehmt es bitte nicht persönlich, ein fauler Vielfresser. Und das hat evolutionsgeschichtliche Gründe. Wir haben uns früher möglichst wenig bewegt, um Energie zu sparen. Und wir haben möglichst viel gegessen, um Energie zu haben. Das war ein Überlebensmechanismus. Also, tröstet euch, aber damals gab es kein Hieber, kein Aldi und deshalb müssen wir uns heute anders verhalten. Okay. Zu diesem Intervallfastenthema noch, weil es auch ein Thema ist, das mir sehr, sehr, ja, oder die Fragen, die mir sehr häufig auch auf der Trainingsfläche gestellt werden, weil es so präsent und allgegenwärtig ist. Dann machen wir darüber mal eine separate Folge und gehen ein bisschen tiefer in dieses Thema ein, Intervallfasten. Ja, finde ich super. Vor allen Dingen, wenn du auch diesen Zusammenhang mit dem herstellst, ich finde es einen interessanten Zusammenhang in Bezug auf Gesundheit und Abnehmen unter anderem auch. Also, dieser Einfluss von Intervallfasten ist enorm. Weil Intervallfasten Einfluss hat neben anderen Aspekten auf das sogenannte Wachstumshormon. Das Wachstumshormon ist wahrscheinlich das Hormon, das am entscheidendsten Einfluss hat auf das biologische Altern. Dann musst du dir unbedingt die Folge anhören, wenn es ums Intervallfasten geht. Dann dürfen wir nicht zu viel verraten, sondern welche Rolle das Wachstumshormon... Jetzt wollte ich gerade loslegen, aber dann bleiben wir. Wir tun den Spannungsbogen hochhalten. Bleiben wir noch kurz bei der Ernährung in Bezug auf Active Aging. Intervallfasten, ein Thema, das beleuchten wir noch. Gibt es etwas, was ich heute direkt umsetzen kann, um meine Ernährung zu verbessern? In Bezug auf Active Aging. Was ich direkt jetzt machen kann. Ohne irgendwelche Bücher zu lesen, sondern wo mir genau diese Erkenntnis jetzt reicht. Wenn wir das jetzt mal ganz, ganz einfach machen, dann würde ich mir überall den Satz hinhängen, wie hat die Natur sich das gedacht. Und dann würde ich mir zur Gewohnheit machen, zu entscheiden. Das heißt nicht, ohne mir darüber Gedanken zu machen, einfach was in den Mund zu stecken, aus Gewohnheit, wie der Raucher, der sich halt wieder eine ansteckt. Allein die Tatsache, wenn ein Raucher jedes Mal bewusst die Entscheidung treffe, ich nehme mir jetzt eine Zigarette und rauche die jetzt ganz bewusst, würde er schon weniger rauchen. Und das ist bei allem so, was wir machen. Eine bewusste Entscheidung treffen und der Gradmesser für die Entscheidung heißt, wie hat die Natur sich das gedacht. Und aber mir darüber hinaus auch mal etwas zu gönnen, was die Natur sich vielleicht so nicht gedacht hat. Gehört ja auch dazu. Eben. Genau. Aber du würdest es, wir hatten in einem anderen Zusammenhang schon mal gesprochen, ich kenne da deine Meinung, aber jetzt gerade auch im Zusammenhang mit dieser Thematik Cheat Day. Das große Thema Cheat Day in Bezug auf Muskelaufbau und aufs Abnehmen ist es immer wieder Thema. Wie stehst du zu Cheat Day? Gerade wenn du sagst, was gönnen, würdest du es wirklich auf den Tag konzentrieren und auf den Tag hinleben? Würdest du es anders einbauen? Wie baust du jetzt dieses Gönnen wirklich so ein, dass es Sinn macht? Also ich persönlich bin kein Freund von einem Cheat Day, weil dann arbeitet man die ganze Woche auf diesen Cheat Day hin. Also da geht es dann darum, so viel zu essen, wie man gerade Lust hat. Meistens übertreibt man maßlos. Es geht einem anschließend schlecht. Ich bin eher ein Freund davon, sich intuitiv zu verhalten, sich was zu gönnen. Aber im Übrigen diesen berühmten Satz, den ich wieder sage, wie hat die Natur sich das gedacht, den sich als Filter zu benutzen. Und ansonsten auch immer wieder sich was zu gönnen. Aber die Balance muss stimmen. Gesundheit ist Gleichgewicht. Und es ist doch ähnlich wie beim Konto. Ich kann nicht nur Abhebung tätigen. Ich muss halt auch mal was einbezahlen. Apropos einbezahlen. Was bezahle ich denn in meinen Körper? Einen gibt es Lebensmittelprodukte, wo du sagen würdest, also auf die darfst du auf keinen Fall verzichten, wenn dir die natürliche Ernährung, die Ernährung, die die Natur vorgesehen hat, wenn dir die wichtig ist oder jetzt in Bezug auf das Active Aging. Gibt es Produkte, Nährstoffe, wo du sagst, okay, also das sollte im wesentlichen Teil der Ernährung sein? Naja, im Prinzip geht es natürlich auch immer darum, Nahrungsmittel zu essen, die viel beinhalten. Also vor allen Dingen, es geht ja um Vitamine, Mineralien, Enzyme. Das ist in natürlichen Nahrungsmitteln. Aber es geht auch immer um eins, wenn ich einen Muskelreiz setze, ich will Muskeln erhalten, ich will neue Zellen aufbauen, ich will Leistungsfähigkeit, dann muss ich einfach wissen, der Baustoff für den Körper ist Eiweiß. Und qualitativ hochwertiges Eiweiß zu essen, ist sicher einer der wesentlichen Aspekte, die auf Älterwerden Einfluss nehmen kann. Ich bin aber nicht der Meinung, dass man das übertreiben muss. Also darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass oftmals ältere Menschen sich auf eine Art und Weise ernähren, die das völlig ausblendet und dann sehr einseitig mangelernährt sind. Und ja, dann kann auch keine biologische Verjüngung stattfinden. Was sind Eiweißquellen, die du in dem Zusammenhang empfiehlst? Also natürlich muss man nicht zwingend Fleisch essen. Fleisch ist vielleicht so ein Thema für sich. Ich bin selber, ich esse gerne mal ein gutes Stück Fleisch. Ich bin aber ein sehr, sehr starker Gegner der Massentierhaltung. Ich fasse es mal in dem Satz zusammen. Wer glaubt denn ernsthaft, dass das Essen kranker Tiere uns gesund macht? Also das ist sicher eine Illusion. Ich denke, hier müssen wir zu anderen Erzeugungsgrundsätzen kommen. Wir müssen als Konsumenten sensibler sein. Aber ich bin auch nicht der Meinung, dass wir als Veganer geboren sind. Das ist nicht meine Überzeugung, aber jeder soll das so machen, wie er es für richtig hält. Das ist eh entscheidend. Wenn ich von etwas überzeugt bin, ist es meistens richtig. Und die Extreme sind wahrscheinlich immer schwierig. Sowohl eben dieses extreme Verzichten, also gerade die vegane Ernährung oder auch dieses extreme Konsumieren oder gleichgültige Konsumieren von Lebensmitteln. Ob das ein extremer Zuckerkonsum ist, ein extremer Fleischkonsum. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit wie bei so vielem irgendwo in der Mitte. Vielleicht lass mich noch kurz was zum Eiweiß sagen. Du hast vorher gefragt, was sind denn die Eiweißträger, die ich empfehlen würde? Jetzt gibt es ja die Milchprodukte, die sind auch wieder umstritten. Auch hier kann man viel diskutieren, wer das gut verträgt. Magerquark ist natürlich ein toller Eiweißträger. Milch wird auch wieder mit allen möglichen Vorbehalten gesehen. Aber Magerquark finde ich gut. Natürlich Hülsenfrüchte, ganz klar. Also Linsenbohnen. Ja, das sind natürlich die Klassiker. Also insofern, man kann sich auch vegan ernähren und sehr, sehr eiweißorientiert. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin auch ein Fan von Eiern. Das war ich schon immer. Auch noch zu einer Zeit, als vor Cholesterin gewarnt worden ist. Heute sieht man das ja in völlig anderem Zusammenhang. Also ein Ei ist für mich ein hundertprozentiges Nahrungsmittel mit ganz, ganz vielen positiven Inhaltsstoffen. Also ich bin ein Eier-Fan. Ich auch. Und das Tolle ist ja am Ei... Schoko-Eier. Zu Ostern. Das Tolle ist ja gerade an dem Produkt Ei beispielsweise, natürlich auch an Bohnen, die ich eben auch auf unterschiedliche Art und Weisen zubereiten kann. Aber gerade bei den Eiern. Ein Omelette, ein Rührei, ein Spiegelei. Also ich habe mit dem gleichen Produkt unglaublich viele Möglichkeiten. Und das Produkt bleibt gleich. Es bleibt natürlich. Es ist auch kein teures Produkt, wenn man für sich die Ausrede hat. Eine gesunde Ernährung ist ja teuer. Haferflocken, Magerquark, Eier, das sind jetzt nicht die teuren Produkte. Also damit kann ich mich doch auch... Ja, mit einer... Damit kann ich viele Sachen zaubern. Zu dem Thema Eier fällt mir jetzt eine Anekdote ein. Also das erzähle ich jetzt. Das ist jetzt keine Bewertung. So soll man das machen. Natürlich vor über 40 Jahren ging das ja alles mal mit Bodybuilding los. Und da war es tatsächlich so, dass dann immer aus Amerika Gaststars kamen, die dann irgendwo in einem Club waren. Zu dem ist man hingefahren, hat sich das dann angehört. Und ich weiß noch, es war ein farbiger Gaststar. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wer das war. Und der wurde auch nach Ernährung gefragt. Er sagte, er würde sehr, sehr viele Eier essen. Und dann wurde er gefragt, ja, wie viel er denn isst. Dann sagt er, 36 am Tag. Und dann hat der gefragt, um Gottes Willen, das ist doch unmöglich, das geht doch gar nicht. Ja, wie machst du denn das? Er sagt, das ist doch einfach. Ich esse zwölf am Morgen, zwölf am Mittag und zwölf am Abend. Also das ist jetzt wirklich keine Empfehlung. Aber es ist mir gerade eingefallen. Aber dass Eier durchaus zu empfehlen sind und diese Bedenken des Cholesterins, die brauche ich im Zusammenhang mit Eiern. Ich habe 36 Eier nicht die Empfehlung. Aber Eier in eine regelmäßige und natürliche Ernährung einzubauen, wenn ich jetzt eben nicht die Philosophie des veganen Ernährens natürlich lebe, wenn ich das nicht tue, dann kann man Eier klar empfehlen. Oder diese Bedenken des Cholesterins, die brauche ich definitiv nicht haben. Also zwei Eier am Tag ist sicher unbedenklich. Der Körper produziert selber Cholesterin. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Stoff. Und in dem Moment, wo du Eier isst, wird der Körper die eigene Produktion zurückfahren. Also keine Panik. Das ist auch wieder so ein typisches Beispiel. Die Wissenschaft, das hat ein Nobelpreisträger gesagt, ist der letzte Stand der Unkenntnis. Das heißt, wenn ich überlege, in den 40 Jahren, wie viel uns Wissenschaft bewiesen hat und dann ein paar Jahre später das völlige Gegenteil behauptet hat, da bin ich wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, wir müssen mehr auf uns hören, auf das, was vielleicht schon Jahrhunderttausende Gültigkeit hat. Also ich fasse das Thema Ernährung mal kurz zusammen. Es geht um diesen natürlichen Filter im Hinterkopf, unter dem alles laufen soll, wie hat sich die Natur das gedacht, wie natürlich ist das, was ich jetzt gerade hier zu mir nehme, denn wirklich noch? Und da versuchen einen roten Faden zu finden, bewusst Dinge zu tun und bewusst Dinge nicht zu tun, eiweißorientiert zu essen, Hülsenfrüchte und Bohnen, Bohnen, Linsen als Hülsenfrüchte, als definitiven A-Wes-Lieferant sehen, gutes qualitativ, gutes Fleisch. Man muss ja hier auch sehen, hier in unserer regionalen und ländlichen Gegend haben wir ja wirklich tolle Möglichkeiten, wirklich Fleisch vom Bauernhof zu kaufen, wenn wir das wirklich möchten. Das ist dann meist nicht das Angebot Fleisch, aber dafür sind es gesunde Tiere. Wir haben das Thema Training schon beleuchtet. Lass mich noch schnell einen Zusammenhang herstellen. Du hast jetzt das Eiweiß gerade nochmal thematisiert, ganz, ganz wichtig. Und jetzt möchte ich aber nochmal den Impuls bringen und jetzt isst du gut Eiweiß und dann setzt du noch einen tollen Muskelreiz und trainierst intensiv und in den Muskeln tickt die Lebensuhr und du baust Muskeln auf und das geht in jedem Alter. Und ich finde das Spannende ist, dass das, was du jetzt gerade sagst in Bezug konkret auf das Thema Active Aging und mit den Erkenntnissen, die du zu eben dem Einfluss nehmen auf das Älterwerden hast, ist es doch ein sehr, sehr starker Zusammenhang auch zu dem, was ich jetzt sagen würde, wenn man mich auf der Trainingsfläche fragt, du Tim, sag mal, was muss ich in Essen für eine bessere Figur, für ein besseres Wohlbefinden mit 30 Jahren oder mit 25 Jahren. Das heißt also, die Unterschiede sind gar nicht so groß. Deshalb, wenn ich mich mit 25 schon so verhalte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in 30 oder in 40 oder in 50 Jahren davon auch immer noch stark profitiere, sehr groß. Und wenn ich ein gewisses Alter habe, dann kann ich, und das haben wir jetzt, glaube ich, schon gehört, mit relativ einfachen Veränderungen eine große Wirkung erzeugen. Training, Ernährung wieder als große, als großen, als wesentliche Säulen, wenn wir wieder bei unseren Säulen sind. Fünf, drei haben wir noch. Und es ist doch wirklich keine Raketenwissenschaft. Nein. Es sind zigtausend Bücher über diese Themen geschrieben worden. Dabei ist es doch ganz, ganz einfach. Und es sind immer wieder die Experten, die sich da präsentieren, die das alles kompliziert darstellen. Ich amüsiere mich manchmal darüber, wenn ich das kurz sagen darf. Ich schaue ja auch gerne mal YouTube-Videos von so jungen Leuten, die über Training sprechen. und wenn ich sehe, wie sie einfache Themen jetzt komplizieren und science-based darstellen und sich dann auf eine Art und Weise letztlich präsentieren, die so komplex und so schwierig ist, dass der Zuhörer tatsächlich meint, er ist auf die Anweisung desjenigen angewiesen, der das jetzt gerade von sich gibt. Einfach nur die Themen schwierig machen, die im Prinzip einfach sind. Keep it stupid and simple. Bleiben wir genau bei diesem Ziel. Keep it stupid and simple. Du hast fünf Säulen in den Raum geworfen. Wir haben zwei besprochen. Ich bin gespannt, jetzt Thema Training und Ernährung. Ich glaube, der eine oder andere stellt sich schon die Frage, was soll denn jetzt noch kommen? Was spielt denn jetzt überhaupt noch eine Rolle? Wir haben doch alles besprochen. Ja, jetzt kommen mal so ein bisschen andere Themen. Letztlich geht es ja doch immer darum, dass wir uns, wenn wir älter werden, wohlfühlen. Und dazu gehören auch andere Aspekte. Und ich möchte ganz bewusst den sozialen Aspekt erwähnen. Der soziale Aspekt, der heißt, ich muss mir ein Umfeld schaffen, das mein Älterwerden positiv begleitet. Das kann die Familie sein. Muss es nicht. Ich glaube, der eine oder andere hat auch die Erfahrung gemacht, Familie kann das Gegenteil bewirken. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, überwiegend ist es so, die Familie ist ein Umfeld, das uns Sicherheit gibt und das uns positiv in die Zukunft schauen lässt. gerade wenn man, wie ich jetzt das Glück hat, eine tolle Enkeltochter zu haben, einen tollen Sohn, Schwiegertochter sowieso, ja, sehr klar. Also das familiäre Umfeld ganz wichtig. Dann Freunde, etwas ganz, ganz Wichtiges, ganz Entscheidendes. Was sind das denn für Freunde, mit denen ich mich umgebe? Sind das Freunde, die mich positiv auf Zukunft einstimmen oder sind es die, die mich runterholen, die eh sagen, ach Gott, wenn du älter wirst, alles wird schlimmer, jetzt geht es bergab. Wenn ich diese Einstellung natürlich habe, dann muss ich damit rechnen, dass es auch wirklich schlechter wird. Dann die sozialen Kontakte, die zum Beispiel in einem Fitnessclub sein können, Family, ja, man trainiert mit Jungen zusammen, man macht etwas gemeinsam, das macht Spaß. Es ist etwas, das einen Jungen hält, sich mit jungen Menschen zu umgeben. Und das würde ich jedem Älteren empfehlen. Und ich sehe das an unseren älteren Mitgliedern, die haben so einen Spaß, wenn ein 80-Jähriger mit einem 16-Jährigen oder einer 16-Jährigen zusammen trainiert, dann findet die Junge das toll, weil sie sagt, ach, der Alte macht das auch noch und ist immer noch ganz gut in Form. Und der Alte freut sich natürlich, nicht nur unter Alten zu sein, sondern mit Jungen was zu machen. Also was ganz, ganz Tolles. Also das Umfeld, soziale Kontakte, Umfeld, auch hier sich nicht verkraben, sich nicht zu Hause verkriechen und sich durch das Fernsehen beeinflussen lassen beispielsweise, was einfach eine riesige Rolle spielt und oft eben genau diesen negativen Impuls hat, sondern leben. Jetzt fällt mir, jetzt fällt mir nochmal eine Story ein. Ja? Bitte. Wieder Amerika. Dafür macht du was. Ich war das erste Mal in Amerika 1982. Da war ich im Goldstream trainieren. Und aus heutiger Sicht wirkt das zwar skurril, damals war das aber besonders. Da sehe ich einen aus meiner Sicht damals wirklich alten Mann auf dem Laufband. Und jetzt war der auf dem Laufband und war total bunt angezogen. Hat eine gelbe Schildmütze aufgehabt. Also es war Anfang der 80er Jahre, war das für mich unfassbar als Deutscher. Und dann sehe ich den auf dem Laufband. Und dann habe ich mir ein Herz gefasst und habe den angesprochen und habe zu dem gesagt, also ich finde das jetzt toll, dass er auf dem Laufband ist. Bei uns war das noch damals völlig unüblich und eben so bunt angezogen. Und da hat er zu mir etwas gesagt, das fällt mir erst jetzt wieder ein, das habe ich Jahrzehnte vergessen. Da hat er zu mir gesagt, if you are dressed gray, you feel gray. So, und das vielleicht als Überschrift über alles, was wir machen, wenn wir uns alt denken, ja, im übertragenen Sinn, ja, dann sind wir alt. Also gestalten wir eine positive Zukunft. Und die Entscheidung, die kann ich für mich treffen. Wer ist mein Umfeld? Mit was beschäftige ich mich? Was hat Einfluss auf mich und mein Denken? Eben in solchen Gemeinschaften wie in einem Fitnessclub, auch wenn du in einem anderen Club trainierst oder mit dem Gedanken spielst. Das Tolle ist an den Fitnessclubs, es ist eine Gemeinschaft, die alle schon mal gleich tickt. Jeder sitzt im gleichen Boot und jeder hat das Gefühl, ich möchte selbst meine Gesundheit und meine Entwicklung in die Hand nehmen. Und insofern ist das schon mal eine positive, konstruktive Energie. Aber auch darüber hinaus, wenn man nicht in einem Club trainiert, kann ich mich trotzdem mit positiven Dingen beschäftigen. Also auch das kostet mich jetzt in erster Linie keine große Mühe, auch die dritte Säule umzusetzen. Aber lass mich hier auch noch mal das ganz deutlich sagen, das setzt auch Entscheidungen voraus. Ich muss mich ja entscheiden, in den Fitnessclub zu gehen, weil ich die Community suche. Ich muss mich entscheiden, mich mit bestimmten Menschen abzugeben. Aber ich kann mich auch entscheiden, mich nicht mit ihnen abzugeben. Auch das sollte ich tun. Wenn ich merke, ein Umfeld tut mir nicht gut, dann muss ich aber auch die Kraft haben, das Umfeld zu verändern. Leben ist Entscheidung. Und eine richtige Entscheidung war sich schon mal jetzt mit diesem Thema zu beschäftigen. Also jeder, der zuhört, hat jetzt schon mal den ersten Schritt gemacht. Und wahrscheinlich resultieren daraus ganz automatisch die nächsten richtigen Entscheidungen. Denn der Impuls ist gesetzt. War das die dritte Säule? Ja. Und machen wir mal weiter mit einem ganz wichtigen Thema. Und das Thema heißt Stress. Und ja, das ist ja, ich glaube, es gibt niemanden, mit dem man sprechen könnte, der nicht sagt, ich bin so im Stress. Und ich möchte aber den Begriff Stress ein bisschen jetzt auffächern. Weil Stress ist das, was wir so empfinden, wenn wir morgens gestresst ins Büro kommen, der Tag stressig verläuft, wir abends heimkommen und schauen uns die Nachrichten an und dann ist der Tag wirklich, ja, im Moment sowieso, steht nur unter einer stressigen Überschrift. Das ist der sogenannte psychische Stress, den wir alle wahrnehmen, der stärker wird durch natürlich auch Social Media und was auch immer auf uns einwirkt, Nachrichten, wo die Probleme der ganzen Welt uns vor die Füße gelegt werden und das überfordert uns manchmal. Aber ich möchte es erweitern. Es gibt auch den sogenannten physischen Stress, also den körperlichen Stress. Und auch das erleben ja viele. Das heißt, wenn dir etwas wehtut, dann bist du nicht frei. Sokrates hat gesagt, du bist ein Sklave deines Körpers, also du bist nicht mehr frei und es stresst dich. Und deshalb ist es wichtig, im Idealfall dafür Sorge zu tragen oder das zu machen, was im Rahmen des eigenen Möglichen ist, sich körperlich gut zu fühlen, keine Schmerzen zu haben, gesund zu sein und fit zu sein. Und ich bin mir darüber im Klaren, wenn ich das sage, dass es nicht jedem vergönnt ist. Ich stehe auch nur dafür, den Impuls geben zu wollen, wir müssen eben das tun, was im Rahmen unserer Möglichkeiten ist. Und das ist mehr, als wir glauben. Und wir dürfen auch nicht hinnehmen, wenn wir Einschränkungen haben. Und dann der dritte Punkt ist der ganze chemische Stress. Und der chemische Stress, der kann sein, verpackte Nahrungsmittel, die haltbar gemacht worden sind. Der Körper muss Giftstoffe entsorgen. Das kann Glyphosat sein auf den Feldern. Das können aber auch Medikamente sein, die auf Dauer genommen werden. Alles das sind Einflussfaktoren, die den Körper stressen. Und jetzt, ohne jetzt auch im Detail auf alles einzugehen, es muss unser Bestreben sein, auch hier eine Balance herzustellen. Wieder im Sinne von Gesundheit ist Gleichgewicht. Versuchen Stressoren in diesen drei Bereichen zu reduzieren. Jetzt verändert sich ja schon, jetzt verändern sich die Stressoren im Laufe des Lebens. Also beispielsweise, wenn ich jetzt mein Leben sehe als Mitte-30-Jähriger, der auch über Stress sprechen kann, dann sind es doch eher Stressoren wie, ja, vielleicht für viele andere auch ein beruflicher Stress, weil man noch im Berufsleben ist. Dann gibt es vielleicht diese Stressoren, dass man sich an Druck macht, ja, dieser familiäre Stress. Man hat da Erwartungen, wie man sich jetzt auch familiär entwickelt. Dann ist es vielleicht auch so, dass junge Menschen viel mehr mit elektronischen Advices und mit Geräten zu tun haben. Ältere wiederum, und das ist jetzt eben, wo sind da die Stressoren, die jetzt beispielsweise nicht mehr den Stress haben, hey, ich muss jetzt zur Arbeit jeden Morgen, sondern eben gerade das Active Aging, die eigentlich zu Hause sitzen, die vielleicht jetzt eben auch nicht diesen Erwartungen sich selbst noch gerecht werden wollen, wie gründe ich es, meine Familie, welche Entscheidung treffe ich, welches Haus baue ich und so weiter. Also dieser Erfolgsstress, den Jüngere vielleicht haben, wo ist der Stress gerade bei Active Aging? Der Stress ändert sich insofern, als dass der Körper anders darauf reagiert möglicherweise. Das heißt also, ein älterer Mensch hat natürlich normalerweise weniger Widerstandskräfte. Sein Immunsystem ist geschwächter. Wenn ich jetzt ein geschwächteres Immunsystem habe, weil ich älter bin und ich schwäche dieses Immunsystem mit Giften, dann habe ich ein größeres Problem damit wie ein jüngerer. Das heißt, die Frage, die man sich als Älterer schon stellen muss, ist, womit kämpft denn mein Immunsystem im Moment gerade? Und alles, was entlastend wirkt, ist gut. Und ein jüngerer Mensch, der merkt manchmal gar nicht, was sich im Körper aufbaut. Denn Krankheit ist sehr oft das Ergebnis von 20, 30 oder 40 Jahren falschem Verhalten. Das heißt, sehr oft ist die Ursache im Stress tatsächlich zu finden. Der Körper kompensiert das irgendwie, weil wir nicht mehr gewohnt sind, bewusst wahrzunehmen, welche Herausforderungen wir im Moment an den Körper stellen. Und dann irgendwann, zeitversetzt, kommt das zum Ausbruch und man sagt, ach, jetzt bin ich krank geworden. Und dabei ist man möglicherweise die letzten 20 Jahre krank geworden und hat einfach Dinge unterdrückt oder die Hoffnung gehabt, ein Medikament löst das Problem. Nein, wir müssen an die Ursachen ran. Und diese Lebensstil, sage ich mal, Anregung setzen genau dort an. Wo ist dein Tipp in Bezug auf Stress? Wie kann ich jetzt, wenn ich für mich das Gefühl habe, ich fühle mich gestresst durch was auch immer, oder ich habe das Gefühl, dass eben mein Körper nicht in diesem Gleichgewicht ist. Kannst du einen Praxistipp mitgeben, der vielleicht für alle gilt oder müsste man es differenzieren zwischen jung und alt oder gibt es irgendwas, wo du sagst, na, also das macht für alle Sinn? Zunächst mal will ich mal sagen, auch mir gelingt das nicht immer. Alles, was ich hier erzähle, erzähle ich als jemand, der da in absoluter Demut ist. Tja, wir sind alle nicht perfekt und wir arbeiten an uns, ich arbeite an mir. Ich bin da heute erheblich weiter, als ich es vielleicht vor 20, 30 Jahren war. Aber ich bin immer noch suchender. Also auch ich unterliege dem gleichen Problem, wie wir alle, manchmal gestresst zu sein, die Corona-Situation, Schließung des Clubs, das alles fordert uns extrem viel ab. Und pauschal zu sagen, wie der richtige Zugang zur Stressreduktion ist, ist schwierig. Für mich persönlich ist es Training, aber ich würde gern das nochmal aufgreifen, was ich vorher gesagt habe. Entscheiden. Sich klar sein drüber, dass wir die Fähigkeit und die Möglichkeit haben, uns zu entscheiden. Das setzt aber voraus, dass wir wissen, was stresst mich. Und ich habe ein Lebensmotto und das heißt, love it, leave it or change it. Und wenn ich eben merke, irgendwas tut mir nicht gut auf Dauer im Sinne von, es stresst mich, dann muss ich es entweder ändern oder ich muss mich davon verabschieden. Und wenn ich das nicht tue, darf ich mich aber nicht wundern, dass ich immer wieder wie eine Fliege vor die gleiche Scheibe fliege. Den Kuchen, der mir nicht schmeckt, immer nach dem gleichen Rezept backe. Aber es ist interessant, dass dieses Thema Stress auch gerade in Bezug auf Active Aging für dich so eine große Rolle spielt. Ich glaube, für viele ist klar, dass das Thema Bewegung und Altern, dass das eine Rolle spielt, auch die Ernährung. Ich glaube, das kann man einschätzen, das soziale Umfeld. Also was wirkt auf mich? Was beeinflusst mich? Ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Erkennung. Vor allen Dingen das Thema Stress. Das hätte ich jetzt nicht vom Gefühl her zum Thema Active Aging gebracht, aber spielt eine wahnsinnige Rolle. Das würde ich jetzt aber gerne erklären wollen. Jetzt, weil du das fragst, weil für mich ist es ja klar. Aber es ist vielleicht mal wichtig für den Zuhörer zu verstehen, was bedeutet denn Stress für den Körper, für die Zelle? Also Stress ist evolutionsgeschichtlich so besetzt, dass wir auf Stress immer mit Kampf oder Flucht reagiert haben. So, diese Möglichkeiten haben wir jetzt im Moment nicht mehr. Das heißt, es addiert sich Stress auf. Der Körper schüttet Stresshormone aus, die normal über Kampf oder Flucht abgebaut werden. Schüttet der Körper aber Stresshormone aus, hat das eine direkte Konsequenz und die müssen wir uns bedenken. Und die heißt, alle regenerativen Prozesse werden unterbrochen. Denn der Körper ist ja jetzt damit beschäftigt, zu fliehen oder zu kämpfen. Das heißt, es gibt Wichtigeres als Regeneration. Das bedeutet aber, mein Alterungsprozess wird direkt beschleunigt, um das mal ganz deutlich zu sagen, weil die Zelle nicht in der Lage ist zu regenerieren. Mal ganz banal gesagt. Natürlich ist das ein umfassenderes Thema. Ich bin auch kein Wissenschaftler. Ich möchte es auch nicht wissenschaftlich beleuchten. Aber das zu wissen würde völlig lang, um sich klarzumachen, ich muss versuchen, im Rahmen meiner Möglichkeiten, Stress zu reduzieren. Sagen wir es mal so. Vermeiden ist eine Illusion. Ja. Oder eben auch ganz bewusst Situationen zu erzeugen, Stress eben abzubauen. Das wäre die fünfte Säule. Ach, das ist okay. Also dann bitte bleiben wir gerade da. Ja, die fünfte Säule, ich habe sie so überschrieben mit innerer Einkehr. Und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich halte es in der Zwischenzeit für die Basis von allem. Es ist der Acker und der Acker muss fruchtbar sein. Und was macht denn Acker fruchtbar? Ich will es mal so definieren. Sagen, für mich ist es, mich in die Lage zu versetzen, innere Ruhe zu haben, einen inneren Frieden zu empfinden und eine innere Kraft zu haben und sich dem anzunähern. Für mich ist es zum Beispiel so, innere Ruhe finde ich dadurch, dass ich spazieren gehe, dass ich vielleicht auch meditiere, dass ich mir entspannende Musik anhöre. Einen inneren Frieden finde ich dadurch, dass ich mir bewusst mache, wann ich in einem destruktiven inneren Dialog bin. Das heißt, ich ärgere mich über etwas, was ich nicht ändern kann. Corona-Situation. Ich ärgere mich relativ wenig drüber, weil ich kann es nicht ändern. Das war aber ein jahrzehntelanger Prozess, mich langsam dem Thema anzunähern und ich würde nicht für mich behaupten, dass ich da vollkommen bin. Aber es gelingt mir immer öfters, mich von negativen Denkweisen zu distanzieren. Das setzt voraus, dass ich mir bewusst mache, okay, jetzt bin ich wieder in so einer negativen Denkspirale. Und innere Kraft, ja, innere Kraft hat auch etwas mit Autosuggestion zu tun. Sich selber beeinflussen. Wenn ich am Tüllinger spazieren gehe, dann ist das für mich immer ein Teil. Ich versuche mich selber auch positiv einzustellen. Ich versuche mich einzustimmen, mir klarzumachen, in aller Demut und Dankbarkeit, wie gut es mir eigentlich geht und daraus aber auch Motivation beziehen und sagen, es ist toll und es ist super, was ich alles machen kann und mich daran erfreuen und die Dinge auszublenden weitgehend, weitgehend, die mich nicht aufbauen. Also es kommt immer wieder auf dieses Thema Entscheidung zurück. Mir erstmal darüber im Klaren zu werden, was tut mir gut, was gibt mir Kraft und diese Situation zu suchen, mir darüber im Klaren zu werden, was tut mir nicht gut, was stresst mich, die Dinge zu vermeiden. Zusätzlich zu den drei anderen Punkten, wie das soziale Umfeld, wie die Ernährung, wie das Training, es war wahnsinnig schlüssig und vor allen Dingen auch eindrucksvoll, was alles eine Rolle spielt, gerade auch in Bezug aufs Älterwerden. Ich bin davon überzeugt, dass der eine oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin, wie auch ich, nicht diese Komplexität erwartet hätte. Gerade das Thema Stress in diesem Zusammenhang war sehr, sehr spannend. Was auch spannend war, waren die kleinen Anekdoten zu früher im Goals Gym. Ich glaube, darüber müssen wir noch mal in Ruhe sprechen und mal aufrollen, wie denn eigentlich alles angefangen hat. Ich glaube, das wäre auch sehr, sehr spannend. Denn das ist ja auch mit ein Grund, warum du eben nicht wissenschaftlich, sondern aus eigener Lebenserfahrung über das Thema Active Aging sprechen kannst, weil du dein Leben schon so gelebt hast. Apropos Leben, gibt es denn eine Empfehlung, mit der du, oder eine Erkenntnis, eine Empfehlung, mit der wir den Podcast abschließen wollen, die so alles ein bisschen umfasst, möchtest du noch dem Hörer was mitgeben? Also wenn ich es in einem Wort zusammenfassen sollte, der vielleicht der Antrieb für alles ist, dann würde ich sagen, es ist Lebenslust. Lust auf die Zukunft haben, sich darauf freuen und sich nicht ängstigen lassen. Spaß am Leben. Das ist der perfekte Schluss. Vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr interessant. Danke dir und ich freue mich. Ich hoffe, dass ich auch mal den Spieß umdrehen darf und dich mal interviewen kann. Schauen wir mal. Jetzt haben wir noch ein paar spannende Themen, über die nur du sprechen kannst. Alles klar. Es war mir ein Vergnügen und ich hoffe, dass auch dem Zuhörer das Spaß gemacht hat und der die ein oder andere Erkenntnis gewonnen hat. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über dein positives Feedback und über eine Bewertung. Natürlich kannst du auch ganz einfach den Podcast an Freunde und Bekannte weiterleiten, wenn du das Gefühl hast, dass dir das Thema interessieren könnte. Und dir wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit der nächsten interessanten Folge. Bis zum nächsten Mal.